hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge vom challenge projekt auf zwei stein rufen mit dem kato place xd und dem trieger fahren also und den wachuna leider hat sich keiner zu dieser aufnahme sehr schön bereit erklärt der als zwei dabei ist es leider immer ein bisschen traurig also falls das wirklich guckt das ist wirklich echt von euch das hier noch nicht mal antwort also man kann ja zumindest antworten dass man nicht kann oder sonst was aber einfach ignorieren ist gut aber genug der bösen worte in dem sinne kommen wir zu was besseren wenn ihr bock habt hier mitzuspielen als und zuverlässig seid und einfach lust habt ja und bisschen sag ich mal erwachsener seid und nicht so kindlich die ganze zeit gestört oder so dann wäre es nicht so schön genau dann meldet euch einfach und einfach bei mir oder bei waruna oder bei wem ihr wollt oder einfach um das video schreibt wenn es so ist dann seid ihr vielleicht nächste woche schon mit dabei weil im moment ist die aufnahme session für diese woche ja heute ist montag wo wir aufnehmen ach so ich meine die nächste session ist dann wahrscheinlich am wochenende wenn wir es hinkriegen wäre freitag schön dass man da schon rhythmus für das rp projekt reinkriegen das klären wir mal außerhalb der folge sie müssen noch die miete für den ladewagen bezahlen ist mir letzte folge glaube ich auch bewusst geworden also ist mir schon bewusst dass ich den immer noch bei ihnen gemietet hat wie viele folgen haben sie denn jetzt schon das müssen wir mal dann nachgucken locker fünf schon ja bestimmt nee ernsthaft das wird man wenn ich ihn aus benutzt hat dann schauen wir nach und dann werde ich natürlich korrekt abrechnen hat das wollte ich jetzt nicht unterschlagen ja das war ich habe es auch vergessen wir sind es war ja von uns beiden schuld herr mikado wollen sie eigentlich noch das in den beauftragten ich weiß schon was zu tun ist da ist das noch von der 6 nicht dass es er dann heißt ich würde es sind von der arbeit abhalten niemals jene das solltest du nie tun da kommt es auf nichts an ich bin mir gerade nicht mehr gut ach so warte mal ja wir warten bin ich auf euch geil das war ja auch klar so heute habe ich viel zu tun weil ich bin eben alleine wegen der besagten problematik aber so ist das halt muss man halt mal ein bisschen besser koordinieren ich habe so viel zutritt zu so vielen fahrzeugen aber das brauche ich sonst kann ich hier diese lage nicht weg bringen also ich muss sagen ich bin wirklich immer da ja das ist unglaublich konstant und wirklich zu zuverlässig freut mich natürlich extrem ich bin fast wieder weil ich den ganzen tag raus gehe obwohl es geht ja um aufnahme sessions da bist du ja auch wenn auch unpünktlich doch zuverlässig hallo heute war ich pünktlich ja jetzt wirst du aber bestraft wegen überpünktlichkeit da würde ich dann wirklich auch nein nein ich bin ja nicht verkauft warum geht das jetzt nicht fällt gerade auf wir haben gar nicht den beiden zähler hier mit drin wir rechnen ja auch nicht nach ballen ab von dem her was die bei der nfmarsch von dem projekt was jetzt eingestellt ist und mcmanus haben wir proben abgerechnet keine werbung zu machen tiger farm keine werbung keine fremdwerbung genau darf man nur werbung für hier waruna machen ja waruna hat das gemacht was ist denn hier schon wieder das gibt es nicht dieser verfluchte weil unter dem fahrzeug ist nicht gut habe ich gerade bemerkt lkw in der silage auch nicht wenn du meinen abfahrtdienst brauchen rufen wir nicht an das kostet nur tausend euro und nur weil das ist ja in ff19 ist das nicht viel aber im echten leben ist das dann viel viel ist so ja welchen leben kannst du echten und ein ast zu liegen kostet zu 200 euro ganz im ernst wenn man wenn man im echten leben genauso viel verdienen würde wie hier in ff19 also also dann wäre man ja schon überreicht in der zeit ja lkw kaputt aber hoffentlich gleich frei aber sonst wäre es echt viel zu langwierig hier zu spielen da hätte auch keine lust mehr so was zu spielen naja ich habe einen freund der spielt das er spielt also der fängt so ein single seger modus an und spielt das dann so eine woche und dann hat er vielleicht erst ein paar traktoren oder so weil der halt alles in das ganze geld was er von der bank bekommt mit der an sich und dann kauft er sich so zwei korn und so einen billigen mähträcher oder so und dann ja nach einer woche ist dann eigentlich immer noch nicht passiert so richtig weil der halt auch nicht richtig Prozent wird auf der schwierigsten oder was der schwierigsten Spiele ey nee das gibt's nicht ich verzweifle Mikado ist ihre Wiese ihre Wiese 5 auch gemäht äh nein leider nicht gut dann hätte ich jetzt gerne eine Abrechnung für 600 äh Anpasskosten sind schon wieder zu ja ich sag immer schon direkt mit Anpasskosten das ist einfacher ja ich hab das noch oh oh mein Geld hab ich ja aber ich komm halt nicht ah ich hab übrigens ähm ich hab übrigens was durchgerechnet das sag ich jetzt natürlich jetzt kommt gleich wieder an ah ja du hast dich übrigens gemutet ja oh verdammt das war auszusehen ja ja das war wieder mit dem in Hans zu Higel da ähm ich hab durchgerechnet das war schon was man äh ich brauch ah boah ey wenn ich noch weiß wie schön der Wald ist sie waren eindeutig eindeutig stopp 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 Beweisfoto alles eindeutig waren sie auf meiner Spur das gucke ich mir in der Folge an das können sie machen so ok Polizei ist aufgenommen können Straße räumen was hat jetzt los wow das ist das ist wenn man nicht lenken kann beziehungsweise nicht fahren kann der kommt hier um die Ecke auf äh um die Kurve auf meiner Straßenseite also die Kurve davor hab ich geschnitten aber die in der es passiert ist warst du geschnitten hab ah du bekommst das Geld ne ich hab ja ja warte ach Mist weißt du letztes Mal hab ich die Ballen gemacht und er hab die Wack gefahren und ich äh das war der nächste das war ne noch nicht war aber knapp äh dankeschön weißt du letztes Mal hab ich die Ballen gemacht da hat der die weg gefahren da hat der das Geld bekommen jetzt hat der die Ballen gemacht und ich hab die weg gefahren der hat das Geld bekommen fast wär das so ausgegangen wie in der letzten Folge mit Dracers so was ich aber sagen wollte wo der einfach gerade was heute gefahren ist ja so schön sein Handy neben in der Tasche gehabt und dann geguckt Kaffee in der anderen Hand einfach gefahren ist der bald fertig mit der Labern hier ne ich bin sogar schon an den Straßenrand gefahren weil kannst du mal kannst du mal einfach leise sein ich möchte dir was sagen so ähm ich brauch 1,4 Millionen um den letzten Schritt in LP zu äh ja muter also in der Challenge zu gewinnen der letzte Schritt kostet um die 1,4 Millionen sag was du sagen wolltest so ich bin fertig ja keine Ahnung wo ich sein wollte hat zwar immer jemand dazwischen reingelabert aber ne ja ja wenn du dich mutest und wie das nicht betellen kannst dann können wir auch nicht wissen dass du grad laberst äh tja du sollst nicht genau du weißt manche Sachen musst du auch erfahren wenn du meine Folgen schaust sonst hast du einen Nachteil ja stimmt ja ich gucken jetzt und das weicht er kann harvesting da muss ich ganz ehrlich sagen äh ich guck nicht äh bei macmanos war es verboten echt? ja das müssen wir beim rollplaning hm neh find ich nicht wichtig also man kanns ja schon angucken aber man darf die Information nicht äh benutzen sonst wäre es ja ein Meter Meter-Rollflake haben wir eigentlich schon als Regel beim Rollflake-Projekt, dass man einen Blinker benutzen muss wenn man vergisst, dann muss man 150 Euro oder so strafe Bußgeldkatalog könnte man mal noch ausstellen, das ist richtig ja stimmt, das ist eine gute Idee also einen krassen Bußgeldkatalog also wirklich ja, teuer 5 km hast du schnell gefahren, 100.000 Euro nein, ich meine jetzt mit krassem Bußgeldkatalog, dass einfach da viel drinsteht was eben so notwendig ist mein Helfer ist voll mein Helfer ist voll hast du noch einen Auftrag für mich? äh, nö, diesmal kann ich gerne Varina jetzt mal einen Auftrag geben ich bin jetzt mal sehr nett die nächste Folge ja stimmt haben Sie haben Sie einen normalen Ballen ja, einen normalen da habe ich ja einen eine Ballenpresse, Mann ja, hab ich eine normale Ballenpresse äh, was ist denn eine normale Ballenpresse? ich hab die Presse weggekommen direkt äh, ich kann, man kann das aber ausstellen dann würde ich gerne, dass Sie auf Feld 21 ähm, bitte bei ihm setzen Feld 21? ja ist das Wiese? oder Stroh? Feld, Stroh ah ja, muss doch nicht bedeuten, wenn da gefällt daneben muss es nicht, aber Sie hatten Gäste eingepflanzt von dem her muss es sein äh, mehr wussten Sie das denn Industrie-Spion-Manche haben Sie etwa schon wieder aus Versehen äh, falsch gebogen? ja aus Versehen auf den, auf das, äh, GPS-Gerät geguckt wo auch äh, Felder eingezeichnet sind und sowas ähm genau, das ist auch noch so eine Sache für das RP dass die Karte aus sein muss ach so naja, ich würd die anmachen, wenn man GPS anmacht, oder? also, sobald du dir einen Punkt markierst, ja wenn kein Punkt markiert ist, muss er aus sein ach, bei den Fressen wollten Sie ja auch noch, ich aber, die nehmen schon den Bein Sonder-Mist äh, Achtung, jetzt kommt noch mal eine Ballenladung die Lage äh, warten Sie kurz? ja, ich warte und immer mal diese Warterei ah schlimm, schlimm in der Zwischenzeit kann ich die Fresse herholen so, aber ich muss sagen, das geht jetzt wesentlich schneller wie nur mit dem Ladewagen ah ja, genau, diese, diese Geschichte gerade hab ich so einen Flow drin also, in der nächsten Folge müsste die Silage hier weg sein ist sie auch kann in Zukunft sehen morgen und dann müssten wir so 200.000 auf dem Konto haben oh ui, sie haben ja ganz schön aufgestockt im Bild komm weg da hallo hallo lass mal los, bitte der Radlader hat den Ladewagen liegt das muss ich mir angucken da mache ich mal ja schon wieder voll so ist Mikado jetzt gerade AFK äh äh der ist glaub ich ein bisschen der ist glaub ich eingeschlafen ok soweit ich das erkennen kann oh ne jetzt hab ich irgendwas gehört ok ach der schon wieder was solltest du denn gehört haben ich dachte ich hätt'n räuspern gehört äh ne der schaltet sein Mikrofon mal aus ach stimmt und der cb funk ja ja dann stimmt cb funk soweit ja 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 der macht er eigentlich aus wie lange geht denn die Folge eigentlich noch eigentlich wär man durch deshalb ja oh aber dann nutze ich die Zeit und fahr nochmal schnell zum Enter zur Acri LB Acri LB Acri LB hoffentlich kommt mir jetzt nicht wieder irgendwelcher jemand in die Quere ne ich bin bei Mikado mit 80 in die Kurve ähm muss man halt da ein bisschen aufpassen glaub auch so ich bin wieder da aber ich musste kurz was sehr wichtig zu erreden ich bin leid umlattern go wusstest du etwa auf Flo? äh nein so genau gut aber dann wären wir am Ende der Folge eingelangt und warten Sie bevor das noch passiert äh Achtung ist sonst noch eine Ladung ballen gibt sie wieder zu geschicken wenn sie jetzt schon wieder gegen mich fahren oh sorry also sag mal kann man hier ja ja alles alles klar alles ja gönnt euch halt der hat mich halt herumgefahren das war in der Kurve ich konnte da war der die A die A die Kurve die gerade Kurve ne die A Säule war im Weg Sehen Sie meinen Namen so heiße ich so gut das ist gut also wir werden am Ende der Folge eingelangt wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da am besten alles wie immer und äh nicht vergessen ihr könnt gerne mitspielen dann einfach mal unten in die Kommentare ballern oder aufs Discord kommen aber ihr müsst dann auch wenn wir etwas fragen antworten ja das wäre also wenn wir irgendwie fragen ob ihr grad aufnehmen könnt oder sonst was bitte dann entweder ja oder nein schreiben oder super man kann nicht aber wir sind euch viel mehr böse wenn ihr überhaupt nichts schreibt so das war's von heute bis morgen haut rein macht's gut tschau tschau